Flex-Elektrowerkzeuge, Elektrowerkzeughersteller hier in Steinermann der Moor. Wir haben den ersten schnelldrehenden Winkelschleifer auf dem Markt gebracht, da erkennt man auch Flex vom Begriff flexen. Ein primäres Problem war es, dass wir einfach nicht im Vorfeld genügend Testkunden hatten, um Produkte abzutesten. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich immer mit den gleichen Testkunden Tests gemacht haben, die bei uns in der Umgebung waren. Also wir wollten definitiv, dass die Projekte schneller ablaufen, nicht nur Ideen generiert, sondern auch, dass man schneller quasi eine These abprüft, aber auch, dass wir einfach Feedback von Prototypen, von Wettbewerbsgeräten schneller und zielgerichteter bekommen. Das wollten wir einfach mit Evolut erreichen. Das ist mir tatsächlich auch kein vergleichbares Produkt am Markt bekannt, wo wir gesagt haben, das wäre eine Möglichkeit, da einzusteigen. Von dem her stand es außer Frage, dass wir Evolut nutzen oder nicht nutzen. Also wo Evolut sicherlich stark geholfen hat, ist bei der Konzeption eines Produktes ganz am Anfang, weil man sogar einen Schritt vorher einsteigen kann, bevor man überhaupt erst mal Fragen zum eigenen Produkt hat, kann man dann in die Community hineinfragen. Das sind Dinge, wo man dann ganz wertvolle Antworten bekommt. Dass wir in der Konzeptionsphase durch Evolut jetzt eigentlich viel besser das Ohr am Customer haben. Man kommt schneller zu Ergebnissen, definitiv, und man spart dadurch natürlich Entwicklungszeit. Kollegen in China, in Nanjing, unser Mutterkonzern, waren sehr begeistert. Waren natürlich total davon überzeugt, wenn man gesagt hat, okay, wir haben hier die Kundengruppe befragt. Was wir halt früher immer erst durch viele Befragungen, Auswertungen von Fragebögen erreicht haben, war natürlich die Schnelligkeit. Wenn am Montag gefragt wird und wir am Freitag schon ein Ergebnis liefern konnten, waren natürlich auch da. Super happy, die Kollegen. Wir werden unser Akku-Portfolio weiterhin ausbauen. Da werden alle Projekte, die wir jetzt in der nächsten Zukunft bringen werden, sicherlich mit Evolut umgesetzt werden und Befragungen mit Evolut gemacht werden. Grundsätzlich mit dem Team Evolut kann ich nur sagen, die Arbeit ist super angenehm. Ihr nehmt die Wünsche und Anregungen, die wir euch geben, stetig ernst und übernehmt die auch super schnell. Der Support lässt keine Wünsche übrig. Also von dem her fühlen wir uns sehr gut aufgehoben bei euch. Auch eine direkte Kommunikation ist problemlos möglich. Es ist auch relativ einfach, dann auch mal Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge zu kommunizieren. Ja, das wird also auch gehört und ernst genommen. Von daher ist es ein angenehmes Arbeiten. Evolut ist ein sehr hilfreiches Tool. Definitiv, wenn man die Stimme vom Handler hören möchte oder wenn man dort dann einfach Fragestellungen hat. Ich kann nur sagen, jeder, der Evolut manchmal nicht nutzt, frage ich mich, wie er das macht. Aber ich kann nur sagen, weiter so machen und hoffe, dass unsere Community weiter wächst und wir da weiterhin sehr gute Ergebnisse liefern können. Abonnieren 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 Abonnieren